Das Recht des Gastgebers, die Regeln zu bestimmen. Der deutsche Generalmajor a.D. Gerd Schulze-Rohnhoff schreibt in seinem zweiten offenen Brief an Frau Dr. Merkel, sie haben die Diskussion um die Migrantenaufnahme auf das Begriffspaar Willkommenskultur und Ausländerfeindlichkeit reduziert. Damit wurde erstens eine Auseinandersetzung mit den Ängsten und Sorgen weiter Teile der Bevölkerung unterdrückt und umschifft und zweitens die Nation gespalten. Das angemessenere Begriffspaar ist Gäste und Gastgeber. Das deutsche Volk als Gastgeber hat den Gästen sehr viel Hilfsbereitschaft entgegengebracht und dabei großen Idealismus bewiesen. Gerd Schulze-Rohnhoff weiter, aber Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben nicht beachtet und deutlich gemacht, dass Gastgeber auch Rechte haben. Jeder Gastgeber darf bestimmen, wie viele Gäste er in sein Haus aufnimmt. Jeder Gastgeber hat das Recht, die Sitten in seinem Haus zu bestimmen. Jeder Gastgeber hat das Recht, eine auf Dauer angelegte Übernahme seines Hauses durch Gäste zu verhindern. Die Gäste haben diese Gastgeberrechte zu respektieren und sich im Gastland einzufügen und anzupassen. Wenn dies durch die einzelnen Gastgeber nicht zu bewirken ist, hat dies der Gastgeberstaat für seine Bürger sicherzustellen. Davon ist unter Ihrer Regierung nichts zu spüren. Sie ordnen stattdessen an, Deutschland muss sich ändern. Bitte verbreiten Sie diese Sendung und den offenen Brief von Generalmajor AD Gerd Schulze-Rohnhoff weiter, um auch dieser Stimme Gehör zu verleihen. Vielen Dank und guten Abend.